Ja, liebe Zuschauer, begrüße Sie recht herzlich zu dieser Sendung. Mein Name ist Kai Gottschalk, ich bin der finanzpolitische Sprecher einer Partei im Bundestag und möchte heute über ein Thema sprechen, was alle angeht, nämlich Finanzen und vor allen Dingen den Haushalt und wie die Menschen in Deutschland und die Unternehmen im Mittelstand geschröpft wird. Und vielleicht, wenn ihr so nett seid, schaut euch dazu doch erstmal meine Rede an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne und vor allen Dingen liebe Steuerzahler, also die, die sich jeden Morgen über marode Straßen und Brücken zur Arbeit quälen und dann auch, wenn sie Pech haben, von Klimaklebern aufgehalten werden. Die, die auf maroden Bahnhöfen, auf ausgefallene oder verspätete Züge warten müssen. Die, die mit mehr als 47 Prozent Steuer- und Abgabenlast, die zweithöchste Abgabenlast weltweit, meine Damen und Herren, Arbeit lohnt sich wirklich in Deutschland, tragen. Die, die dafür mit so ziemlich den niedrigsten Rentenbezügen, meine Kollegin hat es in der Vordebatte gesagt, mit 67 und wenn es nach Ihnen geht, mit 70 in Rente gehen sollen. Ihnen allen gebührt erstmal zunächst heute meine Verneigung, denn Sie haben diesen desolaten Haushalt mit Ihrer Arbeit, mit Ihrem Einsatz erst möglich gemacht. Vielen Dank. Und Herr Kahrs, immerhin konnte man von ihm ja eins lernen, außer jetzt zwar über 200.000 Euro in Schließfächern zu haben, sagte immer, eine Schlussrunde im Haushalt ist auch so etwas wie das gesellschaftspolitische Sittenbild eines Landes, insbesondere der Regierung. Und nun, Herr Scholz ist nicht da. Er ist ja zurzeit, das sei mir gegönnte Einäugige, unter den Blinden von Familienclanministerien, zerbrochenen Spiegelinnen, einer Nancy-Antifa-Feser, die den VHS nicht nur auf die Opposition, sondern neuerdings anscheinend auch auf Beamte ihres Ministeriums ansetzt, eine Lamprecht, die Krieg und Frieden mit Feuerwerk verwechselt, und ein Kanzler, man muss es wohl so offen sagen, nach Cum-Ex, was auch mit Steuern zusammenhängt, nicht wahr, den man wohl als potenziellen Lügner bezeichnen muss. Was für ein Sittengemälde sitzt dort, meine Damen und Herren? Das ist Ihre Regierung, die nicht an Sie denkt, meine Damen und Herren. Ja, nun legt Lucky Luke Lindner, der Minister, dessen Schulden schneller ins Bodenlose wachsen, als seine Schattenhaushalte diesen desolaten Haushalt vor. Der Mann hat nicht nur einen Schatten, nein, er hat gleich mehrere Schattenhaushalte, um dieses Missgebaren, was der Bundesrechnungshof zu Recht angeklagt hat, denn Ihre Verschuldung ist viermal so hoch, zu verschleiern, Herr Lindner. Das ist Ihr Machtwerk, das ist das Sittengemälde dieser Regierung, meine Damen und Herren. Dieser Haushalt ist eigentlich die perfekte Kopie der Schneeballsysteme großer Finanzbetrüger, und er wird in mehr Inflation und in mehr Arbeitslosigkeit enden als prognostiziert. In diesem Winter werden wir mit dieser Regierung mindestens die drei Millionen Arbeitslosenmarke knacken. Auch das ist Ihr Verdienst, meine Damen und Herren, von dieser Regierung. Sie vernichten Zukunft, aber Sie schaffen keine mit diesem Haushalt. Sie sagen, Sie haben kein Geld. Nun, dann, wenn Wirtschaftsflüchtlinge eben an erster Stelle stehen, fehlt das Geld für Rente und Bundeswehr. Wenn die EU eben, und das bringt dieser Haushalt auch zutage, wichtiger ist, meine Damen und Herren, als deutsche Infrastruktur, dann fehlt eben das Geld für Brücken, Schulen und Schienen, liebe Steuerzahler. Und Sie werden jeden Morgen weiterhin diese Horrorerlebnisse beklagen dürfen. Und, es klang hier in der Debatte schon an, wenn Sie das nicht wollen, dann beziehen Sie doch das neue Bürgergeld, denn dann sind Sie auf jeden Fall einkommenstechnisch besser gestellt, als jeder Normalo, der jeden Morgen zur Arbeit geht, oder auch jeder Mindestlöhner, der eine nicht so hohe Erhöhung bekommen hat. Fui, SPD, nochmals, Sie sind schon lange nicht mehr die Partei der normalen Menschen, die in diesem Land arbeiten müssen. Sie allesamt, meine Damen und Herren, sind linke Träumer, sozialistische Ideologen, die Deutschland und seine fleißigen Einwohner ruinieren. Sie sind die Anwälte der Nichtleister, Schützer der Gesetzesbrecher, Klimakleber und Fridays for Future, lassen grüßen. Die Anwälte der ausländischen Interessen, EU, Ukraine, Nord Stream 1 und 2, seien hier nur gelandet. Alles das dokumentiert dieser Haushalt des Elends, Herr Lindner. Ihre Finanzpolitik, Ihre Akzeptanz einer Präsidentin Lagarde als Notenbankchefin, pardon, wohl auch er hier als Anwältin der Schuldenstaaten, machten doch erst diese Inflation. Und meine lieben Kollegen von der CDU und CSU, Sie haben dieser Dame doch mit ins Amt geholfen. Diese Dame hat doch erst Inflationsraten von 7 Prozent im letzten Jahr und 6 Prozent in diesem Jahr möglich gemacht. Was ist denn das für eine Heuchelei hier eben gewesen? Schauen Sie doch mal in den Spiegel, Kollegen der Union und Herr Merz. Und Herr Hofreiter, wenn Sie von Landesverrätern sprechen, dann gucken Sie doch vielleicht mal in den Spiegel oder auf diese Regierungsbank. Dann werden Sie viele entdecken. Am Ende, und das sei den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gesagt, sind es nämlich immer die kleinen Leute, die dann mittels Währungsreform oder sehr hohen Inflationsraten, wie in den letzten Jahren, ihren Lebensstandard und ihre Ersparnisse verloren haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und CSU, es langweilt langsam Ihre stetigen Debatten. Arbeiten Sie doch erst mal Ihre 16 Jahre desolate Regierungspolitik auf. 16 Jahre keine Reform, 16 Jahre Stillstand, meine Damen und Herren. Ich hoffe inständig, und das sei an dieser Stelle gesagt, dass die Bayern und Hessen an den Wahlohren erkennen, dass es nur mit einer Partei in Zukunft wieder eine Zukunft für Menschen, die Steuern zahlen, die Leistungen in Deutschland erbringen werden wird. Und das, meine Damen und Herren, bleibt die AfD mit Senkung des Solidaritätszuschlags. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die Pendlerpauschale auf 50 Cent erhöhen. Das wären Maßnahmen, die den Menschen da draußen helfen. Aber nicht Ihr Gejammer und jetzt dieser Regierung auch noch helfen wollen. Vielen Dank. Lieber Herr Gottschalk, ich halte mir Ordnungsmaßnahmen vor. Ich werde mir nochmals Protokoll ergeben lassen bezüglich der Äußerung zu Landesverrätern. Und für Bündnis 90... Ja, und über diese Rede und das, was in diesem Land schiefläuft, da möchte ich mich heute, ja da weinen selbst die Kinder, da möchte ich mich heute mit Peter Weber von Hallo Meinungen interessieren, den ich recht herzlich begrüße. Lieber Kai, danke, dass du das so toll anmoderiert hast. Gerne. Wir dürfen uns setzen. Wir setzen uns einfach mal. Wir dürfen uns setzen. Wunderbar. Liebe Zuschauer, ich habe mir dazu Notizen gemacht, denn diese Rede, und das klippe ich jetzt mal hier rein, einen ganz kleinen Moment. Ja, dann... So, jetzt haben wir es. Ja. Ja, Kai, diese Rede, du warst sehr emotional. Emotional, weil du lebst in diesem Land, du bist Patriot und du siehst, was mit dem schwer erarbeiteten Geld in der Vergangenheit gemacht wurde von den Menschen, warum die Renten so niedrig sind, aber auch die Menschen, die wirklich Produktivkapital erwirtschaften, die täglich arbeiten, was gemacht wird. Deshalb die Emotionen. Ja, weil irgendwann platzt jedem, glaube ich, der Kragen und wenn das Geld so verplempert wird und auch missbräuchlich in andere Kanäle gelenkt wird und hinzu immer gesagt wird, es sei kein Geld da, das ist ja das, wie ich finde, Unglaubliche. Es sei kein Geld da, aber Geld für so viele andere Dinge da ist. Geld für, ich habe das, glaube ich, in der Rede klar auch so formuliert, Wirtschaftsflüchtlinge, Geld für eine EU mit überbordenden Subventionen in Old Industry und Old Economy, eigentlich eine große Landwirtschafts-Subventionsmaschine, gerade auch für die Franzosen, die Agrarstaaten, dann platzt einem der Kragen, wenn dann gesagt wird, ja, wir müssten mal Geld in die Schiene stecken. Jeder hat gesagt, die Schiene, unsere Infrastruktur, die Brücken, die Autobahnen, die werden auf Verschleiß gefahren. Man hat für so viele andere Dinge Geld, aber nicht für die Dinge, die den Menschen wichtig sind, die jeden Morgen zur Arbeit fahren und den Wohlstand eben erst ermöglichen. Und man hat die Leute, die arbeiten, vergessen. Und das macht mich böse, weil das ist das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Wer arbeitet, der soll mehr haben, als jemand, der eben von der Solidargemeinschaft getragen wird. Und ich finde, Solidargemeinschaft findet, glaube ich, jeder von uns gut. Aber es kann nicht so sein, dass am Ende der Fleißige der Dumme ist. Und das macht mich sauer, weil das ist in Deutschland der Fall. Wir haben eine Verschwedung, wie, da sollten einige Zuschauer vielleicht mal googeln, auch die Jüngeren, eine Verschwedung. Das heißt, Schweden musste irgendwann von einem überbordenden Sozialstaat Abschied nehmen, weil die genauso viel Fett angesetzt haben und Bräsigkeit wie unser Land und unsere Wirtschaft. Und die Migration fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Viele Städte, diese Banden, die jetzt teils mit wirklich hoher Gewalt dort vorgehen, also nicht nur normale Pistolen, sondern Maschinenpistolen werden dort eingesetzt. Kai, lass mal ein paar Dinge mit raussuchen. Die Infrastruktur hattest du besprochen. Wir erleben es, was den Bahnverkehr angeht. Wir erleben es in ganz Deutschland. Wir erleben es hier in NRW, was die A45, was die Brücke bei Lüdenscheid angeht. Also 250 Kilometer Staus sind nun keine Seltenheit. Das heißt aber, dass diese Mittelverwendung zweckentfremdet wurde. Denn es wurde ja über die Benzinsteuer und über verschiedene andere Dinge, wurden ja Mittel in unermesslicher Milliardenhöhe einbezahlt an Steuern, aber letztlich nicht in die Infrastruktur investiert. Genau, das ist der Punkt. Wir subventionieren wie in den sozialistischen Ländern über Fünfjahresplänen. Erst gestern haben wir ja das sogenannte, ich nenne es mal plakativ, Heizungsgesetz beschlossen. Da wird in die Keller rein regiert, was also tatsächlich für eine Heizung angeschafft werden muss, wie sie angeschafft werden muss. Es wird vorgeschrieben, welche Anteile die Heizung haben muss an 65 Prozent Erneuerbaren. Und genauso ist es in anderen Dingen. Ich glaube, wir sehen das im täglichen Bereich, was in der Kommunalpolitik passiert, für was dort Geld da ist, für viele Jugendclubs, für Resozialisierungsprogramme, die am Ende vielleicht fünf Prozent der Menschen retten. Auch da muss man, glaube ich, mal Dinge auf den Prüfstand stellen. Wir geben eben für alle Dinge Geld aus. Im Moment in Deutschland ist der Eindruck, die nicht produktiv sind, auch in der Verwaltung. Deswegen die Bürokratie. Wir überprüfen vieles und diese Arbeitsplätze, das muss man den Menschen mal ins Stammbuch schreiben. Die fallen auch nicht vom Himmel und werden so finanziell, sondern von den Menschen eben, die ins Ausland Produkte verkaufen, die hier Werte schaffen. Wir haben einen überblähten Verwaltungskopf. Da, wo wir ihn brauchen, haben wir ihn wieder nicht. Nämlich im Bereich Finanzen, das kann ich sagen, in den Steuerbehörden. Da ist Notstand an guten Leuten. Und wir haben auch im Bereich Soziales vieles ausufern lassen. Also das Bürger gilt hier als Stichwort. Und da muss man wirklich sagen, man vergisst die Menschen, auch die Rentner. Man hätte viel früher, Blüm hat schon Anfang der 90er gesagt, die Rente sei sicher. Wir in der Finanzmathematik gerade ausstudiert haben, gesagt, nein, die Rente ist nicht sicher. Aber wenn man jetzt was tut, rechtzeitig, das ist wie beim Mensch, der spart, dann könnte man so viel tun mit Staatsfonds, mit Rücklagen, die man schafft, damit wir diese Krise, die wir haben, auf die wir Zustand 20, 25 mildern können. Man hat es nicht getan. Populismus. Blanker Populismus, damit man Wahlen gewinnt. Wenn man vielen heute Populismus vorwirft, dann muss man es den Altparteien erst recht. Denn die Behauptung von Helm Blüm war falsch, die Rente sei sicher. Nun ist der Begriff Populismus, hat ja ein sehr ausgedehntes Wesen gefunden und hat ja eine Belegung gefunden, die ja dem Ursprung gar nicht mehr entspricht. Stimmt, ja. Wir müssen folgendes sagen. Bist du der Meinung, meine erste Frage, bist du der Meinung, dass sich die Ruhe erkauft wird? Das heißt also, wir haben eine hohe Staatsquote, Leute, die in der Verwaltung sind, die getrauen sich nicht den Mund aufzumachen, weil sie sagen, Moment, ich habe ja einen sicheren Job, mir kann nichts passieren. Leute, die alimentiert werden, dann durchs Bürgergeld, wo wir jetzt wissen, und das ist kein Populismus, sondern wir erleben es täglich. In einer Tankstelle haben die Tankstellenbesitzer es schwer, Menschen zu finden, die arbeiten in einer Bäckerei, Bäckerei-Fachverkäuferin, Metzgerei-Fachverkäuferin, in den Supermärkten. Sie haben halt wahnsinnige Probleme, in diesen Lohnsektors Menschen zu finden, weil die sagen, Moment mal, ich habe hier ehrlich gesagt keine Inspiration oder keine Motivation, hier zu arbeiten für dieses Geld. Denn wenn wir ein bisschen was noch mit her machen, dann verdienen wir genügend oder verdienen wir mehr Geld und ich habe im Grunde genommen meine Freizeit. Wird sich die Ruhe erkauft? Wir erkaufen uns alle die Ruhe. Ich fange jetzt mal mit was ganz Unpopulärem an. Ich hoffe, ich darf das mal. Ich nehme die ganze Managerriege mit. Ich fange da mal an, ganz von oben. Die Managerriege, die haben den Mund nicht aufbekommen, die Automobilhersteller, dass das, was getan werden muss, naturwissenschaftlich bei den Motoren und Verbrauchswerten unmöglich ist. Stattdessen den Mund aufzumachen, hat man versucht, durch Manipulation an irgendwelchen Programmen sich Ruhe und Zeit zu erkaufen und wollte da oben mitspielen. Nehmen wir die Wissenschaftler, allen voran mein Lieblingsprofessor, Herr Fratscher beispielsweise. Oder jetzt auch Herr Hüther. Da fällt mir nichts mehr ein. Ich habe auch mittlerweile dort den Verdacht, den äußere ich mal, dass durch gute Aufträge, Gutachten, Professoren selbst in Teilen heute komplett volkswirtschaftliche Binsenweisheiten über Bord werfen zur Geldtheorie. Also wenn das jüngste Interview von Herrn Hüther, man könne sich verschulden, man könne große Schulden aufbauen, das sei ja alles gar nicht so schlimm. Das ist wieder jeder Lehrer. Und das sehen wir ja auch mit der hohen Inflation in Deutschland. Das hatte ich ja auch in der Rede angedeutet. Und Herr Fratscher hat noch im Herbst 2021 gesagt, also Inflation sei kein deutsches Problem. Wohlgemerkt, da habe ich schon darauf auch merksam gemacht. Bin ich auch sehr stolz drauf. Nein, die Ruhe wird sich erkauft. Man hat sie sich bei der EZB erkauft. Mit Milliarden und Billionen Programmen, in denen man die Südstaaten ruhiggestellt hat, ihre Staatsschulden aufgekauft hat, Zombie-Unternehmen, von denen die Anleihen gekauft hat und hat sich auch in der Corona-Krise wieder, der sogenannten Corona-Krise, Ruhe erkauft mit hohen Subventionen. Man hat sogar gesagt, auch das ist Ruhe erkaufen. Wir könnten einen Insolvenzantrag später stellen. Ist doch alles gar kein Problem. Deswegen jetzt auch die hohe Pleitewelle. Es schwappt nach, das kommt alles nach. Das ist eigentlich das schöne Sprichwort, Lügen haben kurze Beine, auch im wirtschaftlichen, im gesellschaftspolitischen. Wie groß ist der Scholz? Oh, der kann nicht große Schritte machen. Ja, aber dem glauben wir eh kein Wort mehr. Da werden wir bestimmt nochmal irgendwann drüber sprechen, über den Herrn. Aber allgemein hat man sich in Deutschland Ruhe erkauft. Scheckbuch-Mentalität in Deutschland ist groß geschrieben, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber. Und jetzt platzt alles, weil irgendwann wird jeder Wechsel, jeder Scheck eingelöst. Und viele Scheck und Wechsel werden in Zukunft platzen und dann werden wir sehen, wo es hingeht. Das ist aber zu Leidtragenden der Menschen, die es dann wieder erarbeiten müssen, beziehungsweise die von ihrem Bitterersparten und Erarbeiteten wirklich viel verlieren werden. Tun die ja jetzt schon. Da ist das Thema Heizungsgesetz angesprochen. Wir mögen hier erleben, was es bedeutet, wenn hier nachgerüstet werden muss. Da kommen Größenordnungen zustande. Da ist gestern bereits drüber gesprochen worden, für ein Einfamilienhaus zwischen 80 und 100.000 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Und jeder muss sich darüber im Klaren sein, wenn du jetzt in der Stadt ein Mietshaus hast und der Bürgersteig gehört der Stadt, du musst ja mit einer Wärmepumpe an die Tiefe gehen. Das heißt also, du musst hier das Tiefbauamt, du musst das Bauamt mit einschalten. Und bevor die dir grünes Licht geben, mitunter laufen dort Leitungen durch, die man vor Jahren gelegt hat. Man weiß das überhaupt nicht mehr. Also dort sind Dinge auf den Weg gebracht worden, ohne zu überlegen. Und Kai, diesen Herrn Fratscher, den du angesprochen hast, das war ja derjenige, der bei FISMAN gesagt hat, das zeigt, wie interessant deutsche Unternehmen sind. Und wir können stolz sein, als die Amerikaner FISMAN gekauft haben, den Wärmepumpenhersteller, sagte er, wir können stolz sein, dass das amerikanische Unternehmen so in den deutschen Markt investieren. Wobei wir sagen, Arbeitsplatzgarantie, auf lange Zeit ist das nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Fratscher hat bei mir sämtliche Achtung verloren. Das ist für mich auch jemand, der sein Fähnchen in den Wind hängt. Da können wir überhaupt nicht drauf stolz sein. Wir könnten drauf stolz sein, wenn deutsche Industrie so stark ist, weil sie am Weltmarkt und auch im Binnenmarkt so gut Fuß gefasst hat, dass sie andere Unternehmen auftaufen kann. Aber ich finde es bedenklich, wir haben es bei vielen anderen Dingen gesehen, das ist keine Arbeitsplatzgarantie. Wir kennen das bei Höchst und bei vielen anderen tollen, großen deutschen Unternehmen, die aufgekauft worden sind. Am Ende ist noch ein bisschen Verwaltung, Patentverwaltung und so weiter hier. Aber die großen Industriezweiger, die Arbeitsplätze, die wandern woanders hin. Und wir brauchen Arbeitsplätze. Wir brauchen in Deutschland Arbeitsplätze, damit Steuern bezahlt werden, damit wir die Renten bezahlen können, damit wir in die Infrastruktur investieren können. Und das ist bedenklich. Aber wir haben viele, viele andere Dinge. BASF wandert gerade ab, braucht ein riesengroßes Industriewerk in China in einer Rekordzeit. Wen wundert's? Da brauchen wir hier in Deutschland doppelt so lange. Nein. Also Herrn Fratscher schreibe ich, muss ich auch wirklich sagen, der ist auf der Liste meiner sogenannten anerkannten Sachverständigen gestorben. Und ich mache ein kleines Stichwort. Da hängt wahrscheinlich einer, sage ich immer gerne, Mariana Mazzucato an. Googelt das mal. Das ist die neue Schutzheilige der EU, die Schulden propagiert. Mission Moon sei damals gut empfohlen. Und scheint dort eben auch sein Jäckchen hingehängt zu haben, der gute Herr Fratscher. Aber das nicht mehr ernst zu nehmen. Solche Wissenschaftler muss man dann auch von der Watchlist streichen. Aber ich kann immer herzlich lachen, wenn er was sagt. Das macht mir den Tag süß. Und dass diese Aussagen auch entsprechend publiziert sind. Wir sehen hier, wir blenden es für die Zuschauer ein, der geschröpfte deutsche Mittelstand. Dieser Verbotsplan der EU treibt deutsche Unternehmen ins Ausland. Und zwar viele sogenannte PFAS-Chemikaien gelten als unverzichtbar. Der Industrie, die EU will es verbieten, dann geht es ins Ausland. Genau, nach China. Wenn wir uns anschauen, wir haben hier den Aspekt, die Berliner Zeitung schreibt, extrem kritisch, Top-Unternehmen wollen Deutschland verlassen. Und das sind alles jüngste Schlagzeilen. Wir haben auch eines, und ich glaube, dass das signifikant für Deutschland ist. Es gibt acht Lehrstühle für Kernforschung, aber 173 Lehrstühle für Genderforschung. Kai, wenn wir uns jetzt anschauen, wir kommen gleich wieder auf den Haushalt. Die Länder, die sich von der Kernenergie verabschiedet hatten, Finnland und Schweden, investieren jetzt im Kernenergie-Vattenfall in exorbitanten Summen. Nämlich in die sogenannten Thorium-Reaktoren, in kleine Reaktoren. Das heißt also, die neuesten Reaktoren mit den Amerikanern zusammen. Und die Amerikaner sagen, wir werden das weltweit machen. Das heißt also, kleine Reaktoren, bedarfsgerecht gebaut. Genau, dezentral. Das Thema Kernspaltung spielt, also unkontrollierte Kernspaltung spielt dann keine Rolle mehr. Und die Entsorgung auch in dieser Form nicht mehr, wie es ist. Deutschland hat sich aus allen verabschiedet. Erkennst du daran, ich meine, du kommst mit diesen Leuten zusammen, du kommst in die Ministerien und du siehst diese Leute. Kai, ich frage mich, die müssen doch wissen, was sie anrichten. Nein. Also das habe ich ursprünglich auch gedacht. Nach sechs Jahren Bundestag, ich dachte auch, die spielen eine gute Operette. Das sind gute Schauspieler. Einige glauben das und andere sind, ich sage es einfach mal so, ich werde hier keine Namen nennen, aber mir laufen da Leute über den Weg, die würden bei uns in der Firma nicht mal die Toilettenfrau geben können, wenn es die noch gibt, weil sie sich ständig verrechnen würden. Geschweige denn ihre Arbeit nicht machen können. Nein, wir haben wirklich Leute im Bundestag, die haben keinerlei Berufserfahrung, die haben keinerlei Standing, die verstehen das in Teilen auch nicht. Ich kann mich an eine Debatte erinnern, da sagte mein Referent in einer Debatte hinter mir, Kai, der versteht dich gar nicht gerade, was du sagst zur Geldtheorie oder zur Versicherungsmathematik. Also da war es eine Dame von der SPD. Die glauben das, aber viel schlimmer ist. Glauben ist ja nicht so tragisch, aber wenn man ideologisch so festgefahren ist und nichts anderes mehr zulässt, dann laufen wir eine ganz gefährliche Tendenz hinein. Und in Deutschland haben wir die Tendenz schon sehr lange. Wir haben uns aus der Biotechnologie, da waren wir auch mal führend, verabschiedet. Heute werden die großen Dinge in dem Bereich Gentechnologie, Biotechnologie im Ausland gemacht. Deutschland war auch mal eines der führenden Länder, wenn nicht das führende im Bereich der Kernforschung. Kernforschung, wir hatten die Gesellschaft für Kernforschung, Ingest-Hacht. Wir hatten Hanau, Nukem, Alkem. Also in Deutschland war man sehr, sehr weit. Und wenn man sich gesellschaftspolitisch meint, erstmal zu entscheiden, dass man aus der Kernenergie rausgehen wollte, finde ich, heißt das nicht automatisch, dass man sich aus der Grundlagenforschung verabschiedet. Also Deutschland wird für mich wirklich so ein grüner Ökosozialstaat. Ich befürchte, irgendwann laufen wir hier in Patchwork-Klamotten rum, wenn wir nicht jetzt wirklich schleunigst die Kurve bekommen. Wir sind wissenschaftsfeindlich. Die Wissenschaftler, die wir haben, lassen sich aus meiner Sicht tatsächlich kaufen, hängen ihr Fähnchen in den Wind, vertreten keine klare wissenschaftliche Meinung mehr. Deutschland kommt mir vor, wie zu Zeiten von Galileo Galilei, die Erde ist eine Scheibe. Obwohl wir doch alle mittlerweile wissen, es ist eine Kugel. Und das ist deutsche Politik heute im Jahr 23 in Berlin von der sogenannten Ampelmännchen-Koalition. Ich nenne sie Schulden-Koalition. Ja, das ist der Punkt. Ja, ich komme gleich dazu. Aber es ist ja auch so, die Wissenschaftler, die wirklich eine gegenteilige Meinung haben, die werden ja von der Studentenvertretung so weit, dass sie sagen, der hat bei uns nichts zu suchen. Beziehungsweise sogar Tagesschau-Sprecher werden in Chemnitz mit Torten beworfen, die ein Buch geschrieben haben, weil es den Linken nicht passt. Und das heißt also, ich hatte mit Hans-Georg Maaßen ein Interview, was, er sagte eines, der Unterschied zu den früheren Nazis ist und jetzt zu den Grünen, dass die Grünen so blöde sind und eigentlich gar nicht merken, dass sie die neuen Nazis sind. Mit ihren ganzen Verschreibungen, was wir alles hier erleben und mit ihren ganzen, eigentlich mit ihrer Moral, die bis zur Gewalt geht. Und Gewalt verstehe ich auch jetzt nur nicht körperliche Gewalt, sondern Gewalt. Du verlierst deinen Arbeitsplatz, du verlierst soziales Ansehen, die Familien werden gespalten, dass das soziale und moralische Gewalt ist, die hier mit an den Tag gelegt wird, in einer Form, die unerträglich geworden ist. Und jede Gegenrede, Kai, ich erlebe das immer wieder bei den Kommentaren, wenn jemand schreibt, ja Weber, du bist ja ein Nazi, du bist ja das, ich würde gerne Sie in eine Sendung einladen, wir diskutieren drüber, machen Sie mir die Vorschläge. Mit Nazis diskutiere ich nicht. Aber Argumente, ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, wo einer lacht, oder wenn wir irgendwie mit Hans-Georg Maaßen ein Interview machen, was seid ihr denn für welche? Ich sage, bitte konkretisieren Sie doch Ihre Vorwürfe, können die nicht. Haben wir hier zum Marxismus-Leninismus Parallelen? Ja, also Deutschland ist, glaube ich, was das mittlerweile angeht, im linken Meinungsspektrum totalitär geworden. Wir machen es eben mit dem, wie man so schön sagt, Florett. Es ist Berufsverbote, Unternehmen bekommen keine Aufträge, Wissenschaftler bekommen keine Gutachten. Wir können uns daran erinnern, ich fand das sehr mutig, als Jan-Josef Liefers sich über Corona negativ ausließ. Auch das kann man alles noch googeln. Und das kritisch hinterfragt habe, was da gerade geschieht, kamen SPD-Kulturpolitiker und SPD-Politiker und haben gesagt, der müsste ein Berufsverbot kriegen, der darf nicht mehr im Tatort spielen. Und ich glaube, das zeigt wirklich, wie links- und wie linkstotalitär wir in weiten Teilen unserer Gesellschaft der Medien geworden sind. Die SPD ist einer der größten Medienkonzerne. Alles mal googeln, die großen meinungsmachenden Zeitungen gehören in Teilen der SPD. Das heißt, neben so auch NTV oder RTL, das sind alles linksgrün gefärbte Sendeanstalten, die auch genau diesen Content bringen. Und wenn du eine andere Meinung in Deutschland vertrittst, wirst du schnell, ganz schnell kalt gestellt. Elegant eben nicht, dass es körperlich in physische Gewalt mündet. Aber wir dürfen darüber diskutieren, wenn Gastwerte, die vielleicht Herrn Maaßen Obdach geben, da mit der Veranstaltung machen können, dann bedroht werden. Oder dann werden die Schlösser mit Kaugummis von der linken Antifa eben entsprechend verklebt oder besprüht. Das erleben ja auch CDU-Politiker mittlerweile, die sich wieder auf ihre Wurzeln besinnen. Jetzt die Anschläge wohl auf die Bahnstrecke Hamburg-Berlin, waren auf Indie-Media, wenn sie groß abgefeiert. Das muss man sich, die Antifa, das sind Freunde von Frau Faeser, von der Innenministerin, die sogar den VS auf missliebige Wohlbeamte angesetzt haben soll. Richtig, ja. Schönbrunn sei da genannt mal. Also wir leben in einem Land, der... Der Chef der Cyberabwehr. Ja, man fasst das eigentlich gar nicht mehr. Wenn uns, glaube ich, jemand das vor 25 Jahren erzählt hätte, was in diesem Deutschland heute möglich ist, was geschieht, hätten wir alle gesagt, also bitte, das ist jetzt ein böser Albtraum und wir kennen alle Orwell 84, aber nein, doch nicht in Deutschland. Wir haben gelernt aus tausend Jahren deutscher Geschichte. Anscheinend in vielen Dingen hat man nicht gelernt und wir fallen gerade wieder in schlimme Zeiten zurück. Wenn wir das jetzt erleben, und ich sage es immer wieder, diese Interviews sind nicht konfektioniert. Wenn wir eines erleben, liebe Zuschauer, ich habe mir Joe Biden jetzt ein paar Mal angeschaut. Ich habe arge Sorgen, wenn ich mir den Mann anschaue. Der geht am Rednerpult vorbei. Der ist, also ich mache mich, ich bin selber jetzt im Fortgeschrittenen Alters, aber es ist saugefährlich zum einen. Und wenn ich dann sehe, dass die Amerikaner sich jetzt bereit erklärt haben, für die Abram-Panzer Uran angereicherte Munition zu liefern. Das heißt, wir erleben in München, wir erleben in anderen Ländern, in anderen Städten in Deutschland, dass sich die letzte Generation auf die Straße setzt und sagt, die Welt geht morgen unter. Aber gleichzeitig hast du diese Leute, die sagen, wir müssen auf jeden Fall weiter Waffen liefern und schwere Waffen liefern. Herr Hofreiter auch. Herr Hofreiter ist ganz vorne ja immer dabei. Und Frau Agnes Strach-Schimmermann aus Düsseldorf. Da musst du doch einfach mit Kopfschütteln sagen, wir laufen hier wirklich sehenden Auges Gefahr, in eine nicht mehr zu kontrollierende Eskalation hineinzulaufen. Denn eines muss man sich im Klaren sein. Krieg gibt es keine Gewinner. Nein, und es sind dieselben, die das fördern, die Angst hatten vor dem NATO-Doppelbeschluss, als Amerika Anfang der 80er Jahre Pershing-2-Raketen hier und ein Cruise-Massels tatsächlich stationiert hat und stationieren wollte. Und das Argument der Linken, der Grünen, der Friedensbewegung, die in Bonn eine Riesendemo damals, die größte, glaube ich, die bis dahin in der Bundesrepublik stattfand, abgehalten haben war. Deutschland soll nicht Kriegsschauplatz werden. Deutschland soll nicht das Schlachtfeld der Amerikaner oder der NATO werden, weil die beiden deutschen Staaten wären das Aufmarschgebiet gewesen. Jetzt ist die Grenze ein wenig verschoben, aber was sind bei Einsatz nuklearer Sprengköpfe bei einem Krieg? 250, 300 oder 500 Kilometer. Ich frage mich wirklich, und das zeigt mir eben auch, wie gefährlich mittlerweile die sogenannten Linken oder die Grünen oder die SPD sind. Wer so seine Grundsätze über Bord schmeißt, der Friedenspolitik der 80er und 90er Jahre, nach wie vor nicht deeskaliert, sondern eskaliert, der macht mir Angst. Im Inneren eskalieren die, im Äußeren eskalieren sie, und wenn ich dann eben sehe, was für Nieten in Nadelstreifen, auch mittlerweile in der Politik rumrennen. Schönes Buch, ja. Ja, aber habe ich auch damals gelesen. Er hatte ja recht, er hatte ja recht, denn letztlich alle, muss man sagen, BMW hat jetzt immerhin bei der internationalen Auto-Ausstellung, hat mal der erste Vorstandschef eines deutschen Unternehmens wieder den Mund aufgekriegt. Er hat gesagt, das Verbrenner aus, das sieht er nicht, und wie sollen wir so viele Ladestationen in Europa schaffen? Nächste Frage, wie sollen wir eigentlich so viele Ladestationen für E-Autos in Indien oder in Afrika oder in Brasilien, in anderen Ländern schaffen? Die Fragen werden ja alle nicht beantwortet, aber nochmals, Nieten in Nadelstreifen heißt eben auch, dass für mich viele Menschen das Rückgrat verloren haben, wenn Dinge falsch laufen, im politisch-gesellschaftlichen den Mund aufzumachen und auch der Linken entgegenzutreten. Denn wir wollen keine Kommunisten werden, ich will keine DDR 2.0, ich möchte meine Bundesrepublik, wie sie in den 90ern und 2000ern noch war, ein starkes wirtschaftliches Land, in dem alle gut leben konnten, in dem es allen Menschen, die fleißig waren, gut ging. Und die Linken wollen hier, und wir sind ja in dieser Tendenz, einen Umverteilungsstaat haben wir mittlerweile. Es werden Gelder den Menschen abgenommen, umverteilt, und zwar nach dem Gusto der Linken. Du hast es ja eben gesagt, Gendern, wir müssten 190 Lehrstühle für Kernenergie, für Autoforschung, für Physik, für Biologie, Chemie, für Computerwissenschaften, für Software, alles das haben, aber doch nicht 190. Und Handwerk fördern, und zwar genauso wie im Studium. Wir sind ja noch nicht mal so weit, dass ein Handwerksmeister so gefördert wird, haben wir als Diskussion gehabt, wie jemand, der studiert. Das muss voll anerkannt werden, die müssen eine Förderung kriegen, da muss es ein richtiges, langes Meister-BAföG geben, wir müssen über die KfW-Mittel und die Verzinsung reden, aber sicherlich nicht darüber, ob wir Genderforscher haben. Würde ich sofort, als Finanzminister, sofort streichen. Aber Kai, du hast jetzt SPD, FDP und Grüne und die Linie erwähnt. Ich kann die CDU nicht rauslassen, Roderich Kiesewetter. Roderich Kiesewetter, einer der Vorreiter, der sagt, wir müssen unbedingt Taurus liefern, also diese Marschflugkörper, wir müssen das liefern. Ich kann die nicht rauslassen. Und ich kann sie auch nicht rauslassen, in deiner Rede hast du es klipp und klar gesagt, 16 Jahre Merkel haben ihre Spuren hinterlassen. Absolut. Ich hätte natürlich nicht gedacht, liebe Zuschauer, dass das jetzt sich noch potenzieren lässt, in dieser Form. Aber es ist eine Steigerung in einem besorgniserregenden Maße. Aber die Merkel-Regierung ist nicht spurlos vorübergegangen. Hast du denn den Eindruck in den Gesprächen, du bist im Bundestag, du bist ein beliebter Politiker, ihr redet hinter den Kulissen, hast du denn das Gefühl, dass bei der CDU, CSU, ohne Namen zu nennen, jetzt Menschen dabei sind, die sagen, also wir müssen uns endlich von der ehemaligen Merkel-Politik verabschieden? Ja, die gibt es. Ich werde da auch keine Namen nennen. Es ist nur sehr schwer, weil wir ja heute immer noch von diesem Merkelismus viele, ich nenne es mal Jünger, in wichtigen Positionen haben. Und wo sich Herr Merz gerade hinbewegt, weiß ja auch keiner. Ich glaube, er selbst weiß es anscheinend manchmal auch nicht, was er nun will und was er soll und was er kann und nicht. Herr Söder, ganz zu schweigen. Oder hier in NRW, wir sind ja gerade im Wüstland. Einfach eine schöne Metapher im Prinzip. Wüstes Land. Und das ist ja auch so ein, kann man sagen, für mich so ein Jünger des Merkelismus, der hier mit Grün regiert. Das ist eine Vollkatastrophe. Aber es gibt viele, die sich wirklich auf das besinnen, was eine CDU mal stark gemacht hat. Auf eine CDU, die Mittelstand, Unternehmen entsprechend gefördert hat. Und ich glaube, dass die CDU irgendwann im nächsten Jahr vor eine existenzielle Frage in Sachsen wahrscheinlich gestellt wird, vielleicht auch in Thüringen. Und die Frage, die sollte sich die Bevölkerung genau angucken, wie die beantwortet wird. Sonst könnte es der CDU so gehen, wie vielleicht der früheren Partnerpartei in Italien von der CDU. Und das wäre schade, denn wir brauchen gute, vernünftige, politische Parteien in Deutschland. Und wir können eigentlich mittlerweile selbst die FDP schon als verloren ansehen. Vor allen Dingen ist wichtig, du hast das Wort Deutschland erwähnt, für Deutschland. Für Deutschland. Nicht opportun für sich selbst, dass ich in meinem Amt bleibe, weil ich nichts gelernt habe, sondern für Deutschland. Und da muss ich eines sagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, liebe CDUler und CSUler, ihr werdet nicht um die AfD herumkommen. Und die AfD wird in der Zusammenarbeit nicht um die CDU, CSU herumkommen. Korrekt. Als bürgerliche Mitte. Um einfach zu sagen, wenn ich mir das Wahlprogramm anschaue, die zehn Punkte, das Sofortprogramm, dann sind es eigentlich genau die zehn Punkte, die dem Land und die Menschen, die in dem Land leben, gut tun. Da kommen wir nicht umher. Das ist nur mal die Thematik. Und Politik oder beziehungsweise Entscheidung, es muss Realpolitik sein. Realpolitik richtet sich nach den Notwendigen, nicht nach Ideologien. Dass ich sage, du, der Himmel ist blau, und du sagst dann, sei aber, du bist aber von der Partei blau. Der ist aber nicht blau, der Himmel. Sondern nach der Notwendigkeit. Und hier haben, die Medien haben solch einen starken Einfluss gehabt, deshalb wird ja unser Einfluss immer stärker. Kai, zum Schluss des Interviews, du hast gesagt, das Thema Landesverräter. Und hier wurde gesagt, hier wird nach einer Ordnungsstrafe geschaut. Ich habe mir jetzt mal Folgendes angeschaut. Du hast Anton Hofreiter damit belegt. Ja. Mit dem Thema Landesverräter. Anton Hofreiter sagte am 26.08.2023, im Spiegel sprach er, Hofreiter nennt die AfD eine Truppe der Landesverräter. Korrekt. Das heißt also, du hast letztlich ihn zitiert. Ja. Du hast gesagt, schauen Sie in den Spiegel, und das soll jeder Zuschauer mal von sich aus hören, dass er sagt, Moment mal, Hofreiter belegt Politiker, und der von mir sehr geschätzte Kai Gottschalk ist bei der AfD finanzpolitischer Sprecher, eine Partei, die für mich absolut demokratisch ist, und die eine Alternative nun darstellt, und eine zwingende Notwendigkeit, dass dieses Land wieder vor dem Kopf auf die Füße gestellt wird. Richtig. Aber ein Anton Hofreiter, seines Zeichens nun rüstungspolitischer Sprecher der Grünen, Bündnis Grün 90, sagt, die AfD ist eine Truppe von Landesverrätern. Und Kai Gottschalk zitiert ihn, und da wird gesagt, wir überlegen uns, aber das wird eine Ordnungsstrafe belegen. Korrekt. Ich kriege eine, ja, aber es wird gegen entsprechende Einsprache. aber wir werden darüber berichten. Ja, natürlich. Aber Kai, zum Schluss des Interviews, es stehen jetzt Wahlen an, in Bayern und in Hessen. Frau Faeser, du hast es angesprochen in Ihrem Ministerium, sie hält es nicht für notwendig, zu Sitzungen zu kommen, zu Ausschusssitzungen, wo sie befragt wird, in Richtung Schönbohm. Das war der Chef der Cyberabwehr, und der ist offensichtlich im Zusammenwirken, zu berichtigen die Medien, zwischen dem ZDF, zwischen Jan Böhmermann, der laufenden Kloake im ZDF, wird er, na weißt du, der Mann, der hat ja bloß Schmutz im Mund, wird hier ein Zusammenhang hergestellt. Aber auch nur gegen Konservative. Links ist alles gut. Böhmermann wird im Übrigen auch jetzt, dass sich die Verfassungsbehörden mit ihm beschäftigen, ob hier Staatsschutz beschäftigt, dass hier interne Informationen rausgegangen sind. Eine Frau Faeser, bezahlt von uns, von den Steuergeldern, hält es nicht für nötig, vor dem Ausschuss zu erscheinen, diese Arroganz. Sie sollte auch gestern zu einer Sitzung kommen. Dabei war sie auf einer großen Feier in Hessen, hat gesagt, aus familiären Gründen kann sie nie hinkommen. Ich frage mich, wie lange wollen wir uns als Bürger dieses Spiel noch gefallen lassen? Ich bin jetzt 70 Jahre alt, ich arbeite noch, leiste meine Steuern. Verstehst du meine Erregung? Dass ich irgendwo sage, ich habe die Schnauze voll, wie ihr mit unserem Geld umgeht, ihr seid unsere Angestellten. Und wenn ihr nicht hört, was wir machen, und da müssen endlich alle aufstehen, und sagen, dann müsst ihr euch, müsst ihr, ich hätte beinahe gesagt, verpfeifen, aber dann müsst ihr verschwinden aus dem Bundestag und aus dem Landtag. Und dann nützt man auch kein Wüst was, dann nützt man auch kein Söder was, oder kein Merz, die umfallen, wenn die linke Presse mal ein bisschen dagegen schießt. Verzeihen Sie ja Gott sei Dank meine Emotionen. Jetzt siehst du aber, warum ich auch gestern emotional war. Weil du kannst einfach nur noch emotional sein. Weil diese Rotzigkeit, diese Lamoianz, man muss ja schon sagen, diese Abgebrültheit, dieser Regierung, das treibt einen schier, weil wir sind diszipliniert. Also für mich ist nicht wie bei, es gibt ja das berühmte Interview von Helmut Schmidt, auf das mal Lafontaine antwortete, das sind sekundäre Tugende, mit denen man ein KZ leiten kann. Das hat da Helmut Schmidt mitbelegt, weil er gesagt hat, Fleiß, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit sind wichtige Tugende. Das sind übrigens die Tugenden, warum deutsche Produkte noch in der Welt berühmt sind. Weil durch Fleiß, Pünktlichkeit, Ehrgeiz, Wissen, all diese Dinge können wir solche Produkte überhaupt erst darstellen. Und man muss wirklich sagen, dieses linke Denken, dass die so abgebrüht, auch Frau Faeser, zweimal nicht gekommen. Also das sollte sich mal ein anderer Politiker erlauben. Also nochmals, es ist für mich ein Unding. Wir müssen das Land wieder vom Kopf tatsächlich auf die Füße stellen. Da hätte ich eine Idee. Ich mache mir jetzt mal einfach Folgendes. Ich bin heute gut gelaunt, es ist schönes Wetter, die Plenumsoche lief gut. Ich würde einfach mal, damit wir die Sprachlosigkeit unter Demokraten überwinden, alle zusammen dieses Land retten wollen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Jemanden, den ich persönlich sehr schätze, den ich bewundere, auch wegen seiner juristischen Brillanz, in den Finanzausschuss, in den Finanz-AK nach Berlin einladen. Und die Einladung spreche ich ganz einfach mal an Hans-Georg Maaßen aus, den ich herzlich einlade, wenn er Zeit und Lust hat, nach Berlin zu kommen, damit man einen Gesprächsfragen findet. Denn unter Demokraten und generell sollte man die Sprachlosigkeit überwinden, damit wir das Beste für unsere Land schaffen und diese linke Ideologie, diese Wurke-Ideologie zurückdrängen und Deutschland wieder leistungsfähig machen. Also herzlich eingeladen, jederzeit und würde mich freuen, wenn wir uns persönlich mal kennenlernen. Ja, da bin ich jetzt positiv überrascht und muss sagen, das hört sich gut an. Lieber Hans-Georg Maaßen, wir sind ja nun, für uns bindet ja eine Männerfreundschaft. Und ich denke mal, hier in den Bundestag zu kommen, ich weiß nicht, ob ein Friedrich Merz oder andere sagen, lieber Herr Maaßen, kommen Sie, wir wollen hier diskutieren. Warum wollen wir nicht mit Demokraten und wollen wir nicht mit Menschen wie Kai Gottschalk hier mit im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages? Wir haben ja selber gesprochen und Sie sagen, diese Bundestagsdebatte, was den Haushalt 2024 angeht, das ist einfach nur, das sind Schmerzen, die Sie da erhalten, das Sie da ertragen müssen. Und da müssen Sie wirklich sich beruhigen, was Sie dort hören, was Sie dort an Finanztricksereien und an Schönredereihören. Also ich würde Sie herzlich bitten, nehmen Sie es an und ich biete mich an, das kommt jetzt auch überraschend, ich würde es gerne moderieren zwischen euch, wenn das okay ist. Deal. So machen wir das. Okay, Deal. Kein Traum. So machen wir das. Danke, lieber Kai. Und liebe Zuschauer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Teilt dieses Format, es freut uns und danke für die Unterstützung. Wir machen weiter und wir sind streitbarer, aber streitbarer für die Menschen, die in dem Land leben. Kai, herzlichen Dank. Peter, ich danke dir. Danke.